Vielleicht auch Aufgabe in Analogie zur Aufhebung als Aufbewahrung, dass man aufgibt, sich die Illusion zu machen, das etwas zu bewahren, etwas aufzuheben, etwas aufzugeben, etwas emporzuheben, etwas zu übergeben, eine Aufgabe zu stellen, einen Antrag zu stellen, ein Vermächtnis zu überantworten, dass man auch das aufgeben kann, weil es sinnlos ist.